Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bauch, Beine, Po Training. Wir trainieren heute wirklich ganz klassisch Bauch, Beine und Po und das Training ist wirklich für jedermann. Also sowohl für Frau und auch für Mann, für Anfänger, für Fortgeschrittene, jeder kann das Training mitmachen. Wie baue ich das Ganze auf? Wir haben wieder unsere 40 Sekunden Workout und 20 Sekunden wechseln wir die Position und ruhen uns einfach dabei aus. Es gibt eine große Pause mittendrin, die habe ich eingeplant für uns. Ansonsten geht es auch schon wieder los. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr mir ein Like hinterlasst, wenn euch das Video gefällt. Ansonsten starten wir jetzt. Ich bin die Katja, wir trainieren heute zusammen. Wir sind die Katja, 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 wir sind die Katja. Bis zum nächsten Mal. 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 wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bis zum nächsten Mal. 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 nochmal gut. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mir auch noch folgt auf Facebook und auf Instagram und natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mir ein Like hinterlasst und auf jeden Fall auch einen Kommentar. Ich freue mich darüber. Macht's gut, bis zum nächsten Workout. Tschüss!